Hey Leute, hier ist wieder TurboLibre14 und heute mache ich für euch einen Kampf zwischen Flame, Sagittario, CR-145S und Counter-Aries, E-D-145B. Okay, und der Grund, warum ich Counter genommen habe und nicht Rock ist, weil Counter mehr Ähnlichkeit mit Clay hat, was es auch in der Originalversion hat, was man auch im Anime sehen kann. Selbst in der deutschen Fassung, auch wenn die da Rocks sagen, anstatt Clay. Okay, ich starte Flame, Sagittario und jeder Runde als erstes, wenn man aufs Dauer hat. Los geht's! Das ist die erste Hände. Im Grunde gesagt 2-2-2-1-Hälfte. 2-2-1-Hälfte. 2-2-1-Hälfte. 3-2-1-Hälfte. 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 3, 1, let it go! Let it go! Und Aerys hat keine Karten mehr. Flames Edge Terrio gewinnt damit diesen Kampf. Aerys hat tougher gekämpft, aber letzten Endes hat doch Flames Edge Terrio gesiegt. Ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Wir sehen uns beim nächsten Mal.